Herzlich Willkommen in der Tasse der Schieber 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 Manche von denen. Aber wer von denen hübsch ist, das sieht man aber erst, wenn man hier steht. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Und der da vorne auch. Also kommt einfach mal ein kleines bisschen näher, wer weiß nicht. Und freuen uns natürlich, wenn wir euch auch sehen können. Mit meiner Aktion habe ich es geschafft. Sieben. Sieben. Normalerweise singen wir an dieser Stelle nämlich immer mit dem Publikum. Aber wir wollen die Messplatte mal nicht zu hoch setzen, sondern wollen erst mal aufstehen. Wir fangen jetzt einfach mal wieder an mit der Mucke. Eins. Zwei. 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 Untertitelung. BR 2018